Ben Gierschke bitte in den OP zum Darmauspumpen, Ben Gierschke bitte. Herzlich Willkommen zu TV on the Lost Episode 228 oder so aus dem schönen Gelsenkirchen-Blackfield-Festival, heute Unterwassershow. Hallo Welt, der Tobias und ich machen gerade so einen kleinen Badeurlaub irgendwie, wollen euch schöne Grüße aus dem Urlaub senden und wir drehen uns mal um, gucken uns die Landschaft an und, oh mein Gott, ein Festival. Oh, da können wir auch mal gleich spielen. Komm, wir gucken mal auf der Bühne ruf. Machen wir auch ein bisschen Mucke. Man, 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 da ist man einmal in Gelsenkirchen, weißt du? Und was hat man, man hat nur Theater. Nur Theater, super zauber. Nur Theater. Da vorne ist schon dein Riser. Diese ganze Bühne hier, oder? Ja, geh doch mal drauf auf den Riser, das ist deiner. Ich bin ja schon hier auf meinem Riser. Ich wurde gerade gefragt, wo unser Stage-Manager ist und ich meinte, der ist halt irgendwo da weg. Schön hier am Wasser, ist ja ähnlich wie in Hamburg. Für jedes Schiff braucht man hier eine Liegeplatzberechtigung. Und auch sonst, starke Stufen hier, muss hier alles sein wie in ordneten Gang gehen. Und deswegen wollen wir das jetzt mal überprüfen. Entschuldigung, darf ich mal ihre Liegeplatzberechtigung sehen? I'll tell you what I want, what I really, really want. I'll tell you what you want, what you really want. I wanna ha, 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 ha. Also, folgendes Vorhaben. Wir klettern jetzt hier hoch, also wir laufen jetzt hier hoch auf diese Brücke, die man vielleicht da hinten erkennt und wollen da runterspringen. Und dann schl Hammer. Ich weiß nicht die Tühne. Ich weiß nicht. Oder wie ich sehe. In diesem Beispiel, mal Lust, ist die Tühne, raufen. Werden wir ja, ja auch mal. Und dann ist das so eine Katastrophe, die wir gehen. Wir sehen uns sehr gut. Wir sehen uns in der Zeit. Ich habe den Arsch aufgefissen. Äußerste Konzentration hier beim Treppensteigwetterwerb 2015 in Gelsenkirchen. Los geht's! Was ist denn da löst? Was ist denn da löst? Ich sehe nichts. Ach, das sieht aber scheiße aus. Das ist doch der Brock. Der Helmecke, jetzt darf ich es endlich sagen. Oh wei. Oh, hier. Da kommt's. Dann bin ich ja doch der Erste. Ich bin der Erste. Hallo. Ich bin der Erste. Wie soll ich den Karsten? Das ist doch der Erste. Ich bin der Erste. Dann bin ich. Wie soll ich den Karsten? In der Erde gehen. Ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.